Was haben wir denn noch? Eine Hühnerkeule. Wofür brauche ich eine Hühnerkeule? Hier war nichts mehr. Hier war jetzt auch nichts mehr. Die Zange kann ich benutzen, um das Juwel dazu bekommen. Tipptuck. Oh, die habe ich sogar noch. Wow. Ein Feuerschwertsplitter. Ach, das ist ein Splitter vom Feuer... Natürlich. Vielleicht ist es heiß genug. Um das Pulverfass zu entzünden. Ich habe Vertrauen. Damit komme ich nicht weiter. Na, komm schon. Natürlich kommst du damit weiter, du Honk. Baum der Wünsche. Ah ja, hier, die Zange kannst du hierfür auch noch benutzen. Yay. Sie müsste eigentlich immer noch kochend heiß sein, aber hey. Es ist ein blauer Knopf. Aha, Jim Knopf ist am Start. So, hier kriegst du ein Knöpfchen. Blauer Knopf. Zack. So, und jetzt? Ich drücke drauf. Die drei. Äh, die zwei. Und die eins. Eins, drei, zwei. Zwei, eins, drei. Eins, zwei, drei. Ach, das simpelste ist wirklich die Lösung. Okay. Eine Knarre. Nee, was ist das? Feuerstein. Ach so. Na, cool, 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 cool. Federmausamulett. Natürlich. Der chillt ja die ganze Zeit so. Mach mal in meiner Küste rum, während ich hier rumgammle. Passt schon. Okay, den Feuerstein können wir jetzt aber benutzen. Da kann ich jetzt nichts mehr dagegen sagen. Den benutzen wir jetzt aber sowas von. Aha. Die. Naja, ihr seid schon tot, aber... Stirbt nochmal. Ihr versteht, was ich meine. Du hast einen Fall gelöst. Die andere Rose. Das Glas sieht voll zerkratzt aus. Ich muss das Glas schneiden, um an die blaue Rose zu kommen. Natürlich. Was haben wir denn hier? Ein Glasschneider. Was für ein Zufall. Voll krass, so ein Ding eigentlich. Eine blaue Rose haben wir schon mal. Ach, das kann ich einfach so machen. Kerze. Fast. Ich brauche nur noch Öl für die Lampe. Fast. Schade. Okay. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch einen Glasschneider. Eine der Rosen können wir ja dann auch hier rausholen. Wahrscheinlich. Die hier können wir jetzt auch rausholen. Ich mach mal. Naja, mach mal. Kein Ding. Danke. So, und die letzte Rose... War die eigentlich hier? Ja, genau. Und... Was macht der denn da? Erstmal ein bisschen Penspinning mit einem Glasschneider. Ich muss erst mal ein bisschen angehen, bevor ich hier zur Action gehe. So, wir haben alle Rosen. Der Glasschneider ist auch weg. Cool. Was braucht es hier für... Ich brauche einen Pinsel. Nimm doch den Feuerstein. Passt total. So, wir haben die Rosen. Dann... Gelb. Oh. Äh, blau. Nein. Und rot. Wieso? Jetzt? Ich drücke Knöpfe. Jetzt auch noch so'n Scheiß? Achso, natürlich. Ja, das ist ja ziemlich simpel. Gut. Rot. Blau. Grün. Äh, blau. Rot. Blau... Achso, ja, das ist der ja. Blau, grün. Und grün. Rot. Piss. Sie ist wach. Sie liegt da immer noch so. Äh, Mama, weck mich nicht. Oh, nein. Sie ist meine. Nein. Sie sollte nicht kommen, aber es ist nichts. Dein Blut ist auch für mich. Mama Hexe, du hast es echt nicht drauf. Toll, wieder ganz am Anfang. Sie scheint noch zu leben. Ich habe Rassalien, aber ich habe verloren. Ich hatte genug Macht, um dich zu retten. Aber nicht meine liebe Prinzessin. Meine Schäden werden uns jetzt noch nicht beschützen. Und meine Kristallkugel wird uns zeigen, wo Rassalien meine Däute hält. Schick. Huch, noch ein Schlüssel. Turmschlüssel. Was haben wir hier? Ah, die Kristallkugel. Meine Zauberkünste werden mir helfen, die Kristallkugel zu aktivieren. Na dann, Vegardium Leviosa. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist ja jetzt auch egal. Äh, zurück. Zurück, zurück, zurück. Wir haben hier eine Karte, die habe ich nie genutzt. Was ist denn das eigentlich? Du bist hier, äh, 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 da. Hier gibt es noch etwas für dich zu tun. Hier solltest du später nochmal vorbeischauen. Oder verschlossen. Anscheinend ist ja gerade alles verschlossen. Was ist das? Kann ich nicht sehen. Egal. Das ist mein Subjekt. Das ist einfach ein Stein, den ich auf meinen Reisen gefunden habe. Toll, der Turm ist jetzt abgeschlossen. Dafür brauche ich jetzt extra den... Na, egal. Katsching. Vor allem für so ein Kack-Ding gibt es echt ein Tor, das runterfährt. Das sieht eher aus wie eine Einbruchstille. Ist ja auch egal. So. Dieser Rauch scheint etwas zu verbergen. Ich muss ihn loswerden. Äh, ja. Mit einer Hähnchenkeule. Damit komme ich nicht weiter. Habe ich mir schon fast gedacht. Äh, mit einer Harfe. Okay. Hm, ich brauche etwas langes, dünnes. Das nicht. Halbes Horn. Boah, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Boah. Uff. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ich muss ihn loswerden. Ja, ja, ja. Hä, worauf hat er ihm gezeigt? Ach so. Huh, was ist das denn? Toll. Ups, ich wollte nichts kaputt machen. Du Idiot. Das sollte ich reparieren. Warum? Es interessiert doch keinen, was das ist. Ich weiß ja nicht mal, was das sein soll. Hier, Fledermaus-Ammolett. Äh. Hähnchenkeule. Kann ich das nicht nehmen? Ach, was machst du denn für Sachen, du Typ? Kann ich mit der Frau nochmal reden? Seelander braucht etwas Zeit, um ihre Zauberkraft wiederherzustellen. Natürlich. Huch, eine Katze. Eine Muschi. Komm, Mies, Mies, komm. Die Katze sieht hungrig aus. Sollte ihr ein Leckerchen besorgen. Hähnchenkeule. Will sie gleich hucken. Süßes Ding. Fächer. Ich mag ja Muzis. Die sind ganz cool. So, ich hab ein Fächer und sie... ...pufft Rauch aus ihren Hähnchen. Ich hab hier einen Pfeil und Bogen. Ich hab einen funktionstüchtigen Bogen. Jetzt brauch ich nur noch Pfeile. Klingt logisch. Tja, ich denke mal, hier kommt man nur mit einem Zauber weiter. Ja, das denke ich auch. So, ich hab jetzt... ...ein Fächer von hier bekommen. Das reicht echt schon. Weiche. Lalalalala. Voll der Methangasgestank. Na klar, ein Wimmelbild. Knopf. Überall Augen, ey. Die ganzen Augen starren einen hier voll an. Ih, da schwimmt irgendwas in der Brühe. Voodoo-Puppe. Fiole. Ih. Ist das denn eine Peperoni? Eine Chilischote. Peutel. Mhm. Eine Fledermaus. Auf dieser Hälfte des Pferdes ist eine Sonne. Vielleicht gehört es zur anderen Hälfte dann einen Mond. Ha. Hier haben wir einen Frosch. Dann haben wir die andere Hälfte. Eine Rose. Brauchen wir nicht. Wolle keine Rose kaufen. Ein Teddy ohne Tatzen. Ich denke, ich kann ihn reparieren. Hier haben wir eine Tatze. Das ist ein Fuß. Gut. Ein Knopf. Schmetterling. Nö. Noch ein Knopf. Noch ein Knopf. Und darum ist der letzte Knopf. Na, das ging doch schnell mit den Knöpfen. Hier haben wir nichts. Was ist das denn? Ach, noch eine Tatze. Voll die Füße. So, noch eine Tatze. Und noch eine Tatze. Sehr schön. Ähm. Ein Skorpion-Emblem. Das sah ja wie ein richtiger Skorpion aus. Ein Würfel. Kette. Nö. Was brauchen wir noch? Einen Schlüssel. Einen Raupe. Arme Raupe. Brutzelt wahrscheinlich. Hier ist eine Schlange. Brauchen wir nicht. Gut. Hier ist eine Raupe. Der Schlüssel. Was haben wir hier? Brosche und Dolch brauchen wir auch noch. Erste Aufnahme-Session, ey. Und ich mache schon so lange. Ja, für so ein Spiel finde ich eine Session besser. Als einzelne Parts. Ich weiß auch nicht. Nein, da wollte ich gar nicht raus. Äh. Brosche, Dolch und Schlüssel. Brosche, Dolch und Schlüssel. Schlüssel haben wir. Einfach von der Schlange weggenommen. Ich meine, wir sind badass. Keine Angst. Ich lache der Gefahr ins Gesicht und so. Wozu überhaupt dieser brodelnde Topf, wenn es irgendwie keinen Sinn hat? Whatsoever. Und dieses leuchtende Symbol. Ach, hier ist der Dolch. Brosche. Brosche, Brosche, Brosche. Eine Brosche. Brosche. Ist das hier eine Brosche? Nee. Brosche, Brosche, Brosche. Ich brauche meine Brosche. Sonst kriege ich gleich eine Osche. Von der Brosche. Ein Kleeblatt, aber es ist nicht vierblättrig. Das war eine Brosche? Habe ich gar nicht erkannt. Uh, Zauberpulver. Magischer Staub. Ähm. Wofür brauche ich den magischen Staub? Jetzt hierfür oder was? Aha. Hm, ah ja. Ja, natürlich. Info. Entferne überflüssige Puzzleteile, bis ein vollständiges Bild in der Kugel erscheint. Ziehe die pinken magischen Punkte auf die überflüssigen Puzzleteile, um sie zu entfernen. Oh, wo soll ich denn wissen, was gebraucht wird? Ich glaube, diese roten Dinger werden nicht gebraucht. Achso, okay. Das hat jetzt noch gar nichts damit zu tun, oder was? Die beiden grünen werden doch nicht gebraucht. Hier, der. Hä? Warte mal. Wenn ein überflüssiges Puzzleteile, bis ein vollständiges Bild in der Kugel erscheint, ziehe die pinken magischen Punkte auf die überflüssigen Puzzleteile, um sie zu erfähren. Hier. Da. Welches ist denn jetzt überflüssig und welches nicht? Wie sieht das denn irgendwie? Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Was für ein seltsames Schiff. Was könnte das so sein? Jack Sparrow. Oh Gott. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich hier mache. Verschwindet. Bu, bu, bu. Bu, 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 bu. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Ich habe echt überhaupt keinen Blassen gerade. Hä? Äh? Ich... Tut mir leid. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was sie von mir wollen. Ach so. Soll die so lange hin und her bewegen, bis die überflüssigen Teile verschwinden und dann den anderen Punkt so lassen. Okay. Warum denn auch nicht? Komm. So. Okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Wie traurig. Resilien hat unseren steinernen Freund geschlagen. Sucks to be him. So. Hüppling. Einfach einen neuen gemacht. So. Nein, 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 nein. So. Bling. Ja, ja, ja. Ja, so. Geht doch. Resilien baut eine unüberwindbare Festung um den Baum der Wünsche. Trotzdem, ich muss zu ihm gelangen. Das war die längste Zeit, eine Kristallkugel. Eine Tafel eins von fünf. Hier, Muschi, hilf mir mal. Bei all der Zeit, wo sie deine Tochter war, hättest du ihr nicht einen besseren Namen als Prinzessin geben können. Was haben wir jetzt bekommen? Magisches Siegel. Huch, hier sieht auf einmal alles anders aus. So kann man es auch machen. Einfach nochmal dieselben Schauplätze nehmen, nur mit anderen Aussehen ein bisschen. Ih, was ist das denn? Ich brauche Licht. Ich brauche erst mal was zum Abtöten. Ach, hätte ich nur mein Feuerschwert. Jetzt haben wir hier noch eine Tafel. Ein Tötenköp. Hallo. Vielleicht kann ich das Buch des Lebens hier einsetzen. Ja, vielleicht. Na dann, versuch mal. Weil all der Macht, die in mir liegt, beschwöre ich dich. Hässiges Stück Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay. Der Totenschädel zeigt sich nicht kooperativ. Bevor ich ihm eine Münze gebe. Bevor ich ihm eine Münze gebe. Eine Münze? Eine Münze? Ich habe dir Leben eingehaucht und du verlangst jetzt noch was von mir? Bitch! Na toll. Huch. Oh nein. Das Boot ist verloren und es ist unmöglich, ohne an das andere Ufer zu gelangen. Trotzdem, ich werde jetzt nicht aufgeben. Natürlich nicht. Denn ich bin ein Royal Detective. Merkwürdig. Der See ist mit brennendem Öl bedeckt. Davon kann ich sicher etwas gebrauchen. Ja, natürlich. Hier nimm. Zack. Einfach so ins Feuer. Passt schon. Nehme ich so. Oh, guck mal. Da hinten sind sie. Ich muss das Schiff dazu bringen, näher zu kommen. Ohne ein Boot kann ich es nicht erreichen. Das ist eine logische Schlussfolgerung, mein lieber Royal Detective, dessen Namen ich nicht weiß, ich nenne dich einfach Hans-Peter. So, ich brauchte doch Öl für die Lämpe. Bitteschön. Einfach reingekippt. So, und den jetzt hierfür? Nö. Ups, keine Chance. Aber ich habe ja noch den Feuerstein. Sehr schön. Jetzt ist er weg. So, zu und her damit. Eine Lampe. Ja, wofür brauche ich eine Lampe? Naja, Feuer. Vielleicht wirkt es ja. Bitteschön. Wie sie einfach abgefallen ist. Das Spinnengewebe kann zum magischen Garn gesponnen werden. Ich könnte ein Spinnrad gebrauchen. Wir haben ja eins, aber es ist ein bisschen kaputt. Spinnwebe kann zum magischen Garn gesponnen werden. Spinnen, die Magier der unserer Welt. Ja, ich brauche einen Spinnrad. Toll, aber das ist doch... Ist doch für den Arsch. Ist doch voll kaputt. Ich sollte es reparieren. Solltest du. Wozu brauchen wir diese Harfe? Hier. Nö. Wozu brauche ich überhaupt das Fledermaus-Amulett? Langsam kommt man so zur Stelle im Spiel, wo man nicht mehr so arg gut weiterkommt. Selina braucht etwas Zeit. Ja, sie hat wieder gefurzt. Ich weiß. Kann das mal wieder einfahren? Das nervt, dass das jetzt die ganze Zeit oben ist. Du willst eine Münze. Ich gebe dir gleich eine Münze. Magisches Garn. Hier ist alles am Scheißen. Ja, was können wir denn jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Wollen wir mal kurz was gucken. Ich habe fast keinen Akku mehr auf meinem fucking Handy. Ich glaube, ich beende auch gleich die Aufnahme-Session. Ja. Weil gerade bin ich eh so ein bisschen ratlos. Und ich habe erstmal genug aufgenommen für diese Session, würde ich sagen. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde dann mal sagen, im nächsten Part, ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir jetzt insgesamt haben. Ich glaube, fünf? Fünf Parts müssen es sein. Und ja, ich würde mal sagen, das reicht erstmal für meine Session-Verhältnisse. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Mal gucken, ob wir diesen komischen Elfenkönig besiegen können, den dunklen, finsteren Typen. Wie alt er wohl ist? Und ob wir Prinzessin retten können. Finden wir das alles im nächsten Part heraus. Bis dahin. Tschüsselichen. 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 Tschüsselchen. Vielen Dank.